Damit unsere gedruckt und unverpackten Produkte frisch bleiben und nicht einstauben, brauchen wir dafür eine Abdeckung. Die könnte man natürlich einfach aus Karton ausschneiden, aber das würde ja logischerweise nur halb so viel Spaß machen, wenn man einen Laser hat. Also, Schnittlinien gezeichnet und den Laser gefüttert. Jap, durch Pappe geht er durch wie Butter. Dann einfach entnehmen, falten, kleben und ganz wichtig, beschriften.